Willkommen zurück zu einem weiteren Part und auch dem ersten Part, die erste Folge in der Erweiterung Path of Fire. In der letzten Folge haben wir die lebendige Welt Staffel 3 abgeschlossen und sind jetzt im ersten Kapitel Entzünden der Flamme und ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe du freust dich auch. Ich weiß gar nicht, haben wir ich glaube wir haben hier auch Sachen für die Chronik, die wir machen können. Kriegen wir Schmuck, bestimmte Waffen auch und alles. Aber ja, so wir müssen aber jetzt erst mal mit Ellen reden in ihrer Stube und da Izzy und wartet auf uns. Jupp. Ich glaube, ich spreche für jeden im Kapitänsrat, wenn ich sage, dass wir mehr als dankbar sind, eine Gruppe von Leuten wie euch an unserer Seite zu haben. Wir können ablegen, sobald der Rest der Drachenwacht hier ist. Ja. Ähm, das, äh, außer mir kommt keiner. Oh, eine Person. Gegen einen Kriegsgott. Äh, ich bin sicher, das wird schon gut gehen. Taimi und ich haben schon mal gegen Weitersage kämpft, aber er ist uns durch die Finger geschlüpft. Das wird nicht nochmal vorkommen. Taimi, Das ist die kurze, richtig? Ich hab gehört, sie leidet ziemlich an Größenwahn. Schon komisch, wie so ein gewaltiges Ego in so einen winzigen Körper passt, was? Was gibt es? Wieso schaut ihr so drein? Ich bin sicher, der Kommandeur versucht euch im Geheim zu warnen, dass die kleine Narzisstin zuhören könnte. Äh, Fettnäpfchen. Das ist Technologie. Ein Kommunikationsgerät für größere Entfernungen. Jupp, ich bin beim Kommandeur. Obwohl die Kristallwüste ziemlich weit weg ist. Auf solche Entfernungen haben wir dieses Ding noch nie getestet. Möglich, dass ich nicht ständig in Kontakt mit euch bleiben kann. Was für eine Enttäuschung. Ha, seht euch das an. Ihr habt Schraddl-Sarkasmometer getoppt. Na egal. Ich mach mich dran, eine Lösung für das Problem zu finden, damit wir nie mehr getrennt sind. Tschüssi. Ah, die Timie. Ah, die Timie. Ein Bataillon meiner besten Kämpfer ist abmarschbereit. Ja. Ich spreche mit dem ersten Mart Fidus. Er wird euch auf den neuesten Stand bringen. Da ist ja Fakon, oder wie der heißt. Den Scarlet gekocht hat. Ich habe gehört, das fällt euch bei den Dingern nicht immer leicht. Hm, ich kann nichts versprechen. Vielleicht sollte ich es doch lieber versichern lassen. Viel Glück, Kommandeur. Das ist ein Pulverfass da drüben. Und der Irre hat schon die Lunte angezündet. Oh weh. Okay. Wir haben jetzt hier noch ein paar Sprechspläßchen. Sprechspläßchen. Reden wir über die Details der Verschiffung. Kommandeur, im Namen des Kapitänsrates danke ich euch dafür, dass ihr unsere Hilfsbemühungen unterstützt. Obwohl ihr und Kiel die einzigen Ratsmitglieder seid, die ich sehe. Diese Operation ist doch etwas unüblich für Löwenstein, oder? Keine Wange. Kiel und ich, wir kümmern uns um den Rest des Rates. Nun geht er raus und tretet Balthasar seine göttlichen Zähne ein. Betrachtet es als erledigt. Wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, werden wir einen verrückten Gott wehen, der haben, der uns Sorgen bereitet. Die Flüchtlinge brauchen Nahrungsmittel und Medikamente. Wer, wen, wann bezahlt. Diese Erbsenzählerei kann warten. Es gibt noch ein Problem. Die meisten Flüchtlinge haben keine passende Kleidung für das kältere Klima hier. Schaut, ob die Rüstkammer überzählige Uniformen abgeben kann. Und verteilt so viele davon wie möglich. Wird erledigt. Ich habe auch die Großleute informiert, dass wir fest mit Spenden von ihnen rechnen. Erinnert sie daran, dass der Rat ihre Großzügigkeit oder den Mangel daran bei künftigen Vertragsverhandlungen berücksichtigen wird? Okay. Äh, wir haben hier noch Fahren. Was will der denn schon wieder? Unterwegs in die Wüste, Kommandeur? Ja. Schwertmeister Fahren, der Fürst von Bithelthun ist bereit. Du willst mit! Klaus-Binger und Quaggan-Träter dieser Welt, hütet euch! Ähm, danke, aber ich brauche euch... Hier, nur ihr seid zäh und verschlagen genug, um die Vorräte zu überwachen, dass sie verladen werden. Gut überlegt. Das hier ist schließlich Löwenstein. Diese Spenden könnten beim Transport verloren gehen, bevor sie auch nur den Hafen verlassen. Genau. Aber nicht so lange ihr über sie wacht. Danke, ich fühle mich viel besser, wenn jemand, dem ich vertrauen kann, hier alles im Auge behält. Immer erfreut, meinen Beitrag zu leisten. Gute Reise, Hals- und Beinbruch! Fahren, mein Freund, wünscht das nie jemandem außer Schauspielern. Seereisenden wünscht man Mast- und Schotbruch. Oha, tut mir leid. Hätte ich wissen müssen, besonders nach dem Drama bei den Bienenstecken neulich mit Merula. Ich habe sie dauernd Honigschätzchen genannt. Sie gibt mir immer noch die Schuld an jedem einzelnen Bienenstich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die kleinen Sumsen so gute Ohren haben? Ja, ja, Fahren, sei froh, dass Scarlet dich nicht gegrillt hat. So, wir haben hier oben noch Konstablerin Turma. Konstablerin, ich wollte euch nur sagen, wie froh ich bin, dass Kiel euch hergeholt hat. Diese Aufgabe verlangt nach Fertigkeit und Kenntnissen wie den euren. Ich weiß sogar mehr, als Kiel glaubt. Sie und Magnus arbeiten nicht mit dem ganzen Rat zusammen. Darum haben sie mich hergeholt. Entweder sind sie die ewigen Debatten leid, oder sie wollen mehr Macht. Oder sie trauen dem Rat einfach nicht zu, das Richtige zu tun. Das liebe ich so an dieser Stadt. Selbst unsere Anführer leben nach der Regel. Es ist leichter, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis. Da könntet ihr recht haben. Aber selbst wenn die beiden tricksen. Diese Wüstengegend braucht dringend Hilfe. Und Balthasar muss aufgehalten werden. Oh, klar, ich unterstütze unsere Sache ja auch. Ich will nur nicht die Prügel kriegen, wenn der Rat etwas rausfindet. Gute Jagdkommandeur. Okay, jetzt haben wir noch eine Sprechblase. Die ist hier drinnen. Und dann geht's auf. Wen haben wir hier? Okten. Magister Steinheiler, vielen Dank für die Hilfe der Abtei. Ich glaube, ich sollte euch warnen. Dass ihr die Sicherheit meiner Gelehrten und Exploratoren nicht garantieren könnt. Keine Bange. Unsere Leute können auf sich selbst aufpassen. Teilt uns nur alle wichtigen Entdeckungen mit, die ihr macht. Elona war so lange von der Welt abgeschnitten. Da muss es einen wahren Schatz an Informationen geben. Über die Vergessenen, den Aufstieg und die Drachen. Er wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Ich bin auch neugierig, inwiefern sich ihre Gesellschaft anders entwickelt hat als unsere. Und ob die Zwergenkultur bleibende Eindrücke hinterlassen hat. Ich werde eure Leute unterstützen, so gut ich kann. Aber ich habe auch eine eigene Mission zu erledigen. Viel Glück, Okten. Wir werden uns wiedersehen. Ok, wir haben mit allen gequatscht. Wir kriegen scheinbar von der Abtei ein paar mit. Und ja, wir wissen nicht so genau, ob das auf Wunsch des Rates ist oder nicht. Deshalb würde ich sagen, wir springen raus und legen jetzt richtig los. So. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Mal auf die Karte gucken. Wir müssen hier hinter zum Hafen. Und da ist bestimmt unser Flugschiff. Ne? Da ist Kiel und erster Matt Fidus Quetschfeld. Ok. Oh, ich freue mich schon. Die Besatzung. Ihr könnt offen reden. Nun, ein paar Leute, ich nicht, haben so ihre Befürchtungen, was den Kampf gegen einen Gott angeht. Aber wir haben unsere Befehle. Ok. Wenn man sich die Erzählung der Flüchtlinge anhört, wird einem schnell klar, dass das, was Balthasar da anstellt, eine Katastrophe ist. Oh weh. Er war entschlossen, sich die Kräfte eines Drachen anzueignen. Ich schätze, er hat sich für Krakatorik entschieden. Und es scheint ihm egal zu sein, auf wessen Nacken er seinen Fuß setzen muss, um ans Ziel zu kommen. Wenn man's recht überlegt, da hat sich ein Gott gegen uns gewendet. Das ist ziemlich starker Tobak. Ich schätze, wir müssen ihn davon abhalten, ihn zu töten und uns selbst ein paar Antworten holen. Oh, hört mir bloß auf damit, dass man die Drachen verschonen sollte. Glaubt mir, ich muss mich selbst noch dran gewöhnen. Hoffentlich kann Taimi bald beweisen, dass sie sich nicht überschätzt. Dann spreche ich mal nicht davon, damit ihr euch auf Balthasar und seine Geschmiedeten konzentrieren könnt. Lasst mich raten. Die Flüchtlinge nennen sie seine Armee. Klingen wie ziemlich harte Burschen. Eine Armee? Wo die wohl herkommt? Die Antwort darauf findet ihr nur an einem Ort. Eine Verhandlungsgruppe ist bereits in Amnon. Mit der würde ich anfangen. Werde ich. Seid ihr auch wirklich bereit, mir ins Feuer zu folgen? Da vollbringen wir unsere besten Taten. Gut, dann mal ab in den Schmelzofen. Okay. Okay, okay, okay. Geht an Bord des Luftschiffes. Oh yeah, jetzt geht's los. Instanz betreten. Entzünden der Flamme. Oh mein Gott, ich bin mal gespannt, ob wir eine Sequenz kriegen. Oh ja, wir kriegen eine, wo wir wegfliegen. 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 Oh ja, wir kriegen ein, 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 wo wir wegfliegen. Das ist schon super schön gemacht. Tja, schaut mal, wo wir sind. Sieht nicht so aus, als hätten wir es nach Amnun geschafft. Tut mir leid wegen der Planänderung, aber wir haben gesehen, dass Rauch aus dieser Pyramide aufstieg. Kiel hat uns klare Befehle gegeben, also gehen wir rein. Oh Gott, da fällt es schon runter. Wenn ihr an Bord bleiben möchtet, bringen wir euch nach Amnun, sobald wir zurückkommen. Ich bin nicht so weit gekommen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Ich bin dabei. Okay, wir sind fast in Amun, aber wir sind auf jeden Fall schon mal hier am Anfang. Wir sind nicht hier oben in der Kristalloase, in der Wüstenhochlandse, sondern Richtung Amun. Da oben sind sie. Dorfbewohner, oh Gott. Da hat jemand geschrien. Dorfbewohner. Geschmiedete Soldaten. Okay, Leute. Kommt. Wir holen uns mal ein bisschen Unterstützung. Oh Gott, oh Gott. Oh. Die Wut ist mein. Macht, gibt mir recht. Okay, hier brennt es überall. Ich bin ein bisschen überwältigt von den ganzen Eindrücken. Oh, wir haben einen Löwengardist verloren. Den müssen wir gleich mal wiederbeleben. Oh. Wo? 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 Willkommen in der Wüste, Kommandeur. Und Krieg? Und Krieg gegen diese Leute zu führen, wird euch nicht dabei helfen, den Drachen zu besiegen. Das war nicht gerade weise. Nicht? Überlebt eure Begegnung mit der Herold des... Verdammt, verdammt das... Okay, wir müssen überleben. Okay. Wir müssen überleben. Da kriegen wir einen Erfolgspunkt. Wo rennt sie denn hin? Hört auf! Jedes Leben, das ich nehme, ist ein weiterer Kurs, der weitersagen. Sie hat einfach umgebracht. Ihm zu ehren. Genau wie ich. Stein und Bein! Erst Verteidigung, dann an. Das war ein Knaller. Aufgelacht. Fidus, haltet hier die Stellung und helft diesen Leuten. Ich verfolge sie. Aber das ist doch genau das, was sie will. Ich weiß. Ich schaffe das schon. Bereitet euch auf weitere Überlebende vor, die ich euch eventuell schicke. Ja, Kommandeur. Okay. Die haben wir wiederbelebt. Sie ist jetzt in die Richtung davongerankt. Okay, sie ist auf jeden Fall rausgerannt. Da ist eine Dorf. Genau. Los, ihr auch! Ah, da ist sie. Jetzt rennt sie wieder weg. Wie komme ich jetzt hier durch? Kann ich teleportieren? Rettet das Dorf von den Geschmiedeten. Machen wir so. Äh, okay, 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 okay. Wo ist sie nicht? Da sie uns jetzt irgendwo aus dem Hinterhalt eins überbrät. Da ist die Heroldin. Besiegt Balthasars Truppen. Loyalität geht bei mir über alles. Das ist der Preis, den man für Truppen bezahlt. Die Welt gehört jetzt Balthasar. Aufgeladen. Aufgeladen. Aber den Erfolgspunkt haben wir noch. Das ist, das ist gut. Okay, sie ist scheinbar weg. Nicht bringt nichts zu sein. Ach, warum ist sie schon? Aufgeladen. Die Spitze des Speers. Der Ausgang ist unvermeidlich. Ja. Ihr gehört ihm. Im Leben und im Tode. Senkt euren Schild. Ich finde euch bald wieder. Meine Freunde werden den Rest übernehmen. Welche? Ah, das haben wir freigeschaltet. Überlebt ja. Nice, cool. Oh, oh. Wer seid denn ihr? Hallo, wo rennt ihr denn hin? Hallo. Hey, ich bin hier. Lasst die Dorfbewohner in Ruhe. Okay, den haben wir schon. Haben wir auch. Okay. Irgendwo dahin. Okay, okay, okay. Willkommen. Das ist die Stadt, wo man den Raptor bekommt. Das weiß ich. Das denke ich, wird jetzt auch so gleich anfangen. Sind sie weg? Vielen Dank. Ich muss durch dieses Tor. Oh, wenn es offen ist, muss sie es beim Hindurchpreschen zerstört haben. Ich kann ein paar Leute zusammenkratzen, um das Tor aufzubekommen. Aber ihr müsst uns helfen. Die Stadt brennt lichterloh. Machen wir. Natürlich, aber vielleicht solltet ihr euch lieber im Hintergrund halten. Ja, bitte, Axim. Euer Bein sieht wirklich übel aus. Ich kann doch nicht einfach hier rumsitzen. Ist schon in Ordnung. Wir kümmern uns drum. Ihr helft am besten, indem ihr mir helft. Genau. Gut, gut. Nur lasst bitte nicht das ganze Dorf niederbrennen. Machen wir nicht. Die Raptoren werden euch zu allen bringen, die etwas weiter entfernt sind. Verstanden. Und ihr? Mir geht es gut. Ich bleibe bei meinem Bruder. In Ordnung. Ruft einfach, wenn ihr irgendwas braucht. Kommandeur, ich habe da etwas, das gegen diese Brände helfen könnte. Was denn? Okay, wir müssen das erste Herzchen machen. Hier, nehmt das. Was ist das? Ihr habt einen Feuerlöscher dabei? Naja, Kiel hatte gesagt, wir sollten nicht unversichert reisen. Okay. Herzchen müssen wir machen. Befreit eingeschlossene Raptoren aus ihren brennenden Färchen. Nutzt die Sprungfähigkeit des Raptors, um Dorfbewohner auf Versprüngen und Plattformen zu retten. Löscht Feuer im Dorf. Genau. Man kriegt den Raptor, sobald man das erste, ja, anfängt zu spielen, das erste Kapitel. Und sobald man das hat, kriegt man einen Rapidörchen. Aber den kriegt man ja zuvor, jetzt seit End of Dragons, meine ich, ist das ja umgestellt worden, kriegt man den, sobald man Level 10 ist und sich die Erweiterung gekauft hat. Danach, davor, wenn man sich noch keine Erweiterung gekauft hat, hat man den auf Probe, ich glaube, für 10 Stunden oder sowas. Und ja, dahinten haben wir die Raptoren. Ich würde sagen, wir löschen hier mal schön. Oh Gott, der Fortschritt geht ja mini, mini mal. Ich würde sagen, wir löschen erst mal alles und gehen dann zu den Dorfbewohnern und zu den Raptoren. So, ich würde sagen, wir gehen einmal hier rein. Hier einmal noch löschen. So, brennt es jetzt irgendwo noch? Da hinten brennt es noch. Wie komme ich da hoch? Hier komme ich hoch. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt zu dem Raptor gehe, ist es ein Rappitörchen, sieht ja das Cutie aus, da drauf gehe, ob ich die Waffe verloren habe und dann muss man hier von Dings zu Dings springen. Haben wir hier drüben? Ja, hier drüben haben wir einen Dorfbewohner. Ah, die Waffe haben wir automatisch. Okay, das ist sehr gut. So, Dorfbewohner haben wir. Ja, gerne. Okay, wir dürfen uns nicht verbrennen lassen. Dann kriegen wir einen weiteren Punkt. Da ist noch ein Dorfbewohner. Das kriegen wir auch hin. Cool. Wundert mich, dass wir das noch nicht hatten, aber okay. Wir waren schon immer ein bisschen zu schnell. So, holen wir uns mal den Dorfbewohner. Da hinten ist dann auch ein Raptor. Ich komme sofort, Schätzelein. Warte. So, haben wir hier irgendwo Nee, hier nicht. Heißt, wir könnten uns den Raptor gleich nehmen und dann hier rüberspringen. Da ist aber auch noch ein Dorfbewohner. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Nee, hier drüben waren wir schon. Oh, Entschuldigung. Danke. Okay, dann gehen wir auf die andere Seite. Und zwar hier rüber. So. Ich meine, man müsste das schaffen, auch ohne leveln, weil ich habe das ja jetzt alles schon gelevelt, dass der weiterspringen kann. Das sollte alles machbar sein. Ich komme sofort. Moment. Warte. Ich lösche die Feuer. So. Haben wir. Nice. Sehr schön. Wir haben die Raptoren befreit und die Dorfbewohner sind jetzt auch wieder gekommen. Okay. Okay, cool. Sehr, 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 sehr cool. So. Schauen wir mal beim Herzchenhändler vorbei. Das ist ein unendliches Herz, was man wieder mehrmals machen darf. Und wir dürften uns hier einen Mini-Raptor freischalten. Den habe ich jetzt schon freigeschaltet. Ich zeige ihn euch aber mal ganz kurz. Danke. Schaut mal, da laufen sie. Da laufen sie. Schau ich nicht. Das Minentor funktioniert wieder. Geht hindurch. Es führt euch nach Amnun. Und Fremdling, bitte nehmt Rache für diese Tragödie. Für uns. Mache ich. Rache ist meistens nicht so gut. Okay, ihr Lieben. Wir haben ein Herz und haben schon 26 Minütchen. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal unseren Rabbitor. Und. Was? Okay. Macht das. Beerdigt sie. Gibt ihnen eine Bestattung. Oh, oh, oh. Okay. Wer bist denn du? Bergarbeiter. Den Dingern. Nee. Das ist doch eine gute Idee. Geht einfach da lang zurück. Das Tor funktioniert jetzt wieder. Na gut, aber lasst zumindest euer Tier den ersten Schlag führen, wenn ihr schon kämpfen müsst. Genau. Das ist dieser Schlag, den er gerade meint. Und zwar wüht hier rüber und zack. Einmal kaputt. Das hat Power ohne Ende. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder auf das Ding. Und kabumm. Vergiss es! Was? Wer? Wo? Wo rennt der Raptor hin? Ich weiß nicht. Kann sein, dass der uns den Weg weist? Wo wir hin müssten? Moment. Da oben war ein Stern. Hier sind Itzy-Witsis. Hier sind Itzy-Witsis. Und da hinten ist noch was. Okay. Der Raptor. Ah, nee. Okay, er geht. Okay, 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 okay. Kabumm! Weil der zieht auch ran. Das ist immer super, super cool. Verlass das Bergwerk in der Kristallwüste. Komme ich hier hoch? Ja. Okay. Nice. Cool. Cool, cool, cool. Ich freue mich auf die kommenden Storys, Abenteuer, die wir hier erleben werden. Bei den Sechs. Wer seid ihr? Ein Fremdling? Ja, von der anderen Seite des Meers des Leids. Ich bin hier, um Balthasar aufzuhalten. Haha. Ja, klar. Bin ich auch. Ach, ihr meint das ernst? Ja. Dann ahai und herzlich willkommen. Das wäre mal eine sehr willkommene Heldentat. Habt ihr seine Heroldin gesehen? Diese gepanzerte Frau? Ist hier nicht vorbeigekommen. Hm. Keine Spur von ihr. Versucht es mal in Amnun. Da gehen viele Leute hin. Nehmt einfach die Straße nach Süden. Dann könnt ihr es nicht verfehlen. Werde ich machen. Mal sehen, ob ich da Hilfe finde. Okay, haben wir noch hier irgendetwas? Ne, wir sollen aber jetzt der Straße folgen. Okay. Machen wir doch freilich. Juuu. Okay, ich glaube, wir sind jetzt hier ein bisschen nach oben. Oh, oh, okay. Oh, okay. Gebt mal auf, wenn ihr kann... Höher rauf. Oh, in Ordnung. Wenn ihr mich hören könnt, ich versuche euch später nochmal zu erreichen. Wiederhole, ich versuche euch später nochmal zu erreichen. Hallo? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das gehört habt. Ich hoffe's. Ich bin mir aber nicht so sicher. Okay. Und das sieht so cool aus. Überall so Sandwüste, Pyramiden. Ich glaube, wir müssen aber hier lang. Zumindest ist da das Sternchen. Also es ist richtig eine super coole Gegend. So. Und hier ist ein cooles Event. Wir haben noch ein Event. Wo bist du? Ah, da. Was ist cooles Outfit? Eine Gruppe aus Götterfeld sei hier. Ich muss dringend mit ihnen reden. Außerdem wurde ein Dorf nördlich von hier angegriffen. Meine Leute versuchen den Überlebenden zu helfen, aber sie könnten die Unterstützung von Amnun gebrauchen. Hm. Wartet hier, ich kläre das mit dem Rat. Hauptmann Rahim. Ich verbirge mich für den Kommandeur. Dies ist die Anfängerin, der die von mir erzählt habe. Das ist mal ein willkommener Anblick. Tihi. Ist das die Drachenbezwingerin? Naja, nicht ganz alleine. Redlock! Der Kommandeur hat ein oder zwei erledigt. Wir haben uns zusammen alle erledigt. Cass, seid ihr wegen der Königin hier? Korrekt. Eine Sekunde. Hauptmann, darf der Kommandeur passieren? Ja. Ah, hi Kommandeur. Begrüßt eure Freunde in Ruhe. Dann kommt zu mir in die Kavalierdienststelle. Wir sollten uns mal unterhalten. Das machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. Cool. Haben wir so das erste schon fertig und wer noch nicht den Raptor hat, würde den jetzt rein theoretisch bekommen über den alten Weg. Aber über den neuen hat man den ja schon eher. Stimmt, die ist ja verletzt worden. Stimmt, die ist ja verletzt worden. Ich kann nicht glauben, dass einer der Götter, zu denen wir beten, einer der sechs uns einfach aufgegeben hat. Dass wir ihm egal sind. Das fühlt sich falsch an. Ihr habt Vertrauen und Hoffnung. Und das respektiere ich. Aber ich war bei ihm in dem Vulkan. Er war bereit, ganz Tyria in Schutt und Asche fallen zu lassen. Was er Marjorie angetan hat. Ich weiß. Sie hat es mir immer wieder gesagt. Mein Verstand sagt es mir ebenfalls, aber es ist schwer, ein ganzes Leben der Hingabe wegzuwerfen. Ich bin erzogen worden, den Sechsen zu danken, zu sagen, bei den Sechsen und zu den sechs Göttern zu beten. In Ordnung, Cass. Ich hoffe, ihr habt recht. Und ich hoffe, euch werden die Augen nicht so brutal geöffnet wie mir. Okay, Cass, haben wir jetzt gequatscht. Es ist schön, euch zu sehen und eure Augen. Schon gut, schon gut. Versucht euch nicht gleich zu verlieben. Was ist mit eurer Augenbinde passiert? Sie hat mir kurzfristig geholfen, mich zu konzentrieren. Aber ich habe mich an die Stimmen in meinem Kopf gewöhnt. Ich wollte kurz sagen, der hat auch meine Augenbinde angehabt, der Ridlock. Nun, ich bin froh, dass ihr hier seid, Tribunen. Darf ich euch noch immer so anreden? Ja, alles geklärt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Zitadelle wollte einen Bericht über meine Feindfeuermission und die Magie. Wie käme ich dazu, denen eine großartige Geschichte vorzuenthalten? Hehe, Ridlock. Und? Das ist geheim, Kommandöer. Tut mir leid. Oha! Das ist nicht schön. Seid und zum Kampf in Maguma haltet ihr mich schon hin. Das ist das letzte Mal, dass ich mich abwimmeln lasse. Genau, so geht es nicht hier. Ich hätte meine Augenbinde zur Hand, um euch die Tränchen trocken zu tupfen. Bringen wir jetzt endlich einen Gott um, oder was? Okay, wir haben mit unseren Freunden gequatscht. Wir haben Cass und Ridlock hier. Wir würden sagen, wir huschen mal hier raus aus der Instanz und müssten aber mal einen Brief bekommen. Den lesen wir als erstes. Ein Dankeschön von Tasa und Axib. Danke, dass ihr uns auf dem Hof geholfen habt. Was haben wir denn hier? Die Kiste mit elonischen Handschuhen. Oh, eilig geschriebener Brief tritt in Kraft. Okay, was kriegen wir? Dieser Dank ist an von da kann ich den beleidigen, aber jetzt wird ich drehen. Dreithandschuhe gut mache und euch wird da ich gern mit. Okay. Ein Handwerksrezept. Aber die habe ich bestimmt alle schon. Okay, müssen wir mal gucken später. Dieses Danksagen. Ah, wir haben 100 Kammer bekommen. Okay, wir können uns hier Handschuhe aussuchen zum die Versuchung. Einmal die da. Dann haben wir die da. Und die da. Habe ich irgendwelche noch gar nicht? Ich habe alle. Okay. Mach ich dann auch später in Ruhe auf. Karte wechseln wir jetzt noch nicht. Okay, ich würde sagen, wir quatschen jetzt noch in der Folge mit unserem Kavalier, ähm, mit dem Hauptmann, nicht mit dem Kavalier, Entschuldigung, genau, aber in seiner Kavaliersdienststelle und gucken mal, was er so spricht. Genau, wir haben hier auch die ersten Kopfgelde. Hello, Dude. Alles gut. Wir kommen alle Arten von Leuten durch und was die einem alles erzählen, um reinzukommen. Nicht, dass ich Ihnen das übel nehme, aber die Stadt kann nur so und so viele aufnehmen, bevor sie aus allen Nähten platzt. Das stimmt. Nun, ich nehme an, ihr kommt wegen Balthasar. Richtig. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Jeder Hinweis, den ihr hättet, wäre hilfreich. Also eure Gildenkameraden werden vom Ratsoberhaupt im Stadtzentrum untergebracht. Okay. Sie kann euch alles über die Stadt und ihre Umgebung erzählen. Und vielleicht weiß sie sogar etwas über Balthasar. Klingt gut, irgendwas von den unteren Ebenen? Hatte irgendjemand direkten Kontakt mit ihm oder seiner Armee? Mein Unterkonstabler Ayub ist in dem Lager, das die Priesterschaft Kormiers unterhält. Die Flüchtlinge dort könnten euch vielleicht weiterhelfen. und dann gäbe es da... Ja. Erzähl ich. Was haltet ihr davon, etwas tiefer zu schürfen als auf den unteren Ebenen, um das zu finden, was ihr sucht? Ich habe einen Unterkonstabler bei den einheimischen Schmugglern, den Hammer sehen. Case, heißt der. Case, aha. Bin mir nicht sicher, ob er noch auf mich hört, aber den könntet ihr aufsuchen. Wenn es euch nichts ausmacht, euch auf diese Ebene zu begeben, wohlgemerkt. Ich glaube, das kriege ich hin. Hier findet sie im Casino. Seht euch vor. Okay. Aber ich würde sagen, wir schauen uns hier mal dieses Panoramchen an, dass wir einfach mal sehen, okay, wie sieht Amun aus für die, die das noch nicht kennen. Viele werden es wahrscheinlich kennen. Dann haben wir hier ein Sternchen, noch ein Sternchen, ein Sternchen außerhalb. Wollen es nicht vier Sternchen? Nee, sind nur drei. Okay. Mit den Sternchen interagieren wir dann aber im nächsten Part. So, ich, hallo, ach so. Ich sollte vielleicht mal die Himmelsschuppe auswählen. Dann würde das auch funktionieren. Ich finde Amun wunderschön. Es sieht total schön aus. Hat so ein bisschen was Rustikales. Auch ein bisschen alt irgendwie was an sich, aber ich finde es total schön. Ja, das war ein kleiner Ausblick auf Amun. Wir haben hier auch ein cooles Event, was wir mal mitmachen werden, und zwar die Piñata. Das ist sehr, sehr cool. Man hat die Möglichkeit, eine sehr, sehr teure Infusion zu bekommen, aber dass es wirklich sehr, sehr selten ist, da muss man super, super viel Glück haben. Ich habe meistens nie so viel Glück und kriege immer nur so Standardzeug. Aber ja, ich würde sagen, da wir es die letzten Male nicht machen konnten, werden wir heute mal winkelt, beziehungsweise wir haben ja am Ende der letzten Folge gewohnen können. Deshalb machen wir das jetzt wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wir werden dann auf jeden Fall flammende Vorreiter angehen. Wir müssen mit Flüchtlingen im Lager reden, das heißt, wir werden wahrscheinlich das nächste Herzchen machen. Ich vermute stark, dass das hier ist, das Herzchen. Und ja, wir werden uns Schritt für Schritt durchwurschteln. Wir haben bisher ein Herzchen, das sind ja Herzchen, die man wiederholen darf. Wir haben hier hinten auch ein Herzchen. Ach nee, das haben wir noch nicht gemacht. Oh, das ist aber fies. Da sind wir noch hergekommen, hatten das Herzchen schon. Aber gut, das haben sie wahrscheinlich so gemacht, dass man direkt den Raptor freischaltet. Aber das ist auch eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir von den Herzchen noch nichts machen. Heißt, wir können aber schon mal ein paar Heldenpunkte mitfahren, Panoramen angucken, Sehenswürdigkeiten holen, Wegmarken, damit wir dann an einem Tag die Karte mit Plischert zusammen erkunden können. Aber jetzt würde ich sagen, freue ich mich, dich im nächsten Part wieder willkommen heißen zu dürfen. Würde mich sehr über ein Like und gerne auch über einen Kommentar von dir freuen. Wenn du neu bist, sei herzlich dazu, an die mir den Abo-Button zu klicken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.